Ich weiß, was wir sind. 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 Irgendwo, ja. Ausgespäht. Ich komme um die Lücke. Schwere geträgt. Ja, genau. Schau halt auf mir den. So ein Schmack. Ich seh's doch auf meinem Ding. Ja, genau. Du siehst es auf deinem. So. Ja, der hat schon viel. Ja, der hat schon viel. Wo ist er? BANG! BANG! Du hast mir ein Scheißspiel von der Tochter gesehen. Der ist scheißgroß. Ja, der hat es nicht gebrochen. Na, oder? Ist der ausgeglichen jetzt oder nicht? Ja, der kommt ja ausgeglichen. Das lacht ja schon drüber später. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird er nicht mehr in eine falsche Richtung. Das liegt hier in einer kleinen Mitte. Doch. Und gegenüber oben, glaube ich. Nein, ist wahr. Schäzen wir uns überhaupt das Wort mal. Ah! Ich schweiß eine volle Wucht in die eigene Wurst schon. Nein, das ist nur eine Stücke. So fest, wie ich geschmissen hab. Ja, aber den wollen wir nicht so. Ja, ab da. Ja, ab dem Betriggern. Ja, ab dem Betriggern. Ja, ich hab mit einem Stücke gekleid. Überliebt's Schwert? Neuverhandlung. Ja, ab dem Rollen sozusagen. Ja, ab dem 7.5. Schwerverhandlung kriegt er. Ach, die dritte Wurfel. Ja, genau. Wir gehen über uns und probieren sie. Ja, auf Freide. Schau ich mich auch über. Über oben ist auch einer. Ich hab mich über die dritte Wurfel. Ja. 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 Der Urschenkel ist nie her. Und mit dieser ist er. Na ja, ich hab mir nicht verbrötet. Ja, das macht aber echte Schau-Begl-Ambütscher. Das hat aber echt auch viel mit Pech zu tun heute gewesen. Kleiner Tag? Ja, Kleiner Tag oben. Ja, stimmt. Ich weiß ja, das ist ein Schwertor eigentlich. Ich weiß ja. Ist er unten mit dir? Oder wo? Komm, komm, links. Ja, unten mit dir. Ja, unten mit dir. Ja, unten mit dir. Ja, unten mit dir. Nein, der ist eigentlich echt gut. Ich dachte, wo? Wo ist er? Und oben mit dir ist er. Unten mit dir. Oh, bist du oben? Nein! Ja, Freude. Ich bin hinter ihm. Ja, da bist du sitzt aus. Ich bin hinter ihm auch immer auf die Kraft. Wenn das so wiederkommen ist, dann mal schauen, wie er da gestobt ist. Ja, okay, aber auch noch nicht. Ich will nicht mehr. so 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 ein Schmarrn war sie echt schade Na? Ja, 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 ja. Manko? Ach so, das noch mal warne. Ey, das gibt's ja nicht. Mach mal was! Ja, das würde ich nicht machen, wie der Leiter hat's angeschossen. Weil er irgendwie... Also doch, alter! Ja, ich will nicht gehen. Ja, beide. Schießt nicht, wie geht's ja nichts an. Der Schiff hat neu. Ja, ich lebe von Olli. Muss oben gehen? Wo, Mitte oben? Vorstehen! Mach mal was! Freu doch! Schau mal, schau mal mit, guck mal. Ja, ich kling's ko und dann... Oh, da ist ein Schwertgen. Fuck! Ich bin auch gesehen, ob sonst in seinem Hültür. Komm mir irgendwie so schutzlos vor hier. Das alles schreckt. Das schminkt ja noch nicht, das lebt und das lebt nicht gleich. Ne, ich versuche ihn nicht. Nein, ich versuche ihn nicht. Nein, ich versuche ihn nicht. Er hat er durch den Sack durchgestockt. Das ist ein guter Sanse wie auch eine Sanseleute. Ne, ich versuche noch mal... Soll das auch... Wer kommt runter? Das ist ein ganzes Schwertgen. Aber noch nicht... Er wird noch in den Dachkopf nicht mehr pissen. Das ist ein ganzes Schwertgen. Alleine ist schwer drüben. Aua! Aua! Zinswege! Oh was ist denn das? Halter Goshen! Halter du den mal! Man sieht ja nicht, er wird sich ab! Shut you up! Ich habe die ganze Zeit das Glück gehabt! Ach, wo ist wieder? Wieder der Chef! Ich glaube, da geht's von euch! Ich will auch nur gespotten nachdenken! What the fuck! Wieder der Chef! Oh fuck! Das war jetzt strange! Warum? Ich weiß nicht! Das ist doch auch so gekommen! Das ist auch strange! Nice one! Aber du hast immer Schreit in der Tasche! Immer! Den habe ich jetzt umgelacht! Das ist doch schön! Okay! Was ist das? Das ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist also Schwertrechte! Das ist doch schön! Es ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist das, was ich mal gesagt habe! Geht nicht mehr um, oder lieber eben noch um. Jetzt fasst du noch schon. Geh mal jetzt. Er hat heute dunkel auf den Tag geküscht. Wahnsinn. Und schon. Und schon. Was ist denn los? Das weiß ich nicht. Das heißt nicht, dass er nicht kommt. Fack, wenn sie mir lachen. Fack, da oben. Fack, da oben. Hör mal wo sein denn? Ach, scheiße. Ich hab da noch mal über die Kante. Ich geh mal über die Kante. Ich geh mal über die Kante. Mach das neue Kante. Natürlich, weil du unten fliegen kannst. Weißt du ja kein Handicap denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Na, wo kommst denn du her? Auf die Kante. Ja. Auf die Kante. Das ist ja für Sandseche drauf. Wieso hast du bloß einen Kalt? Ich hab zwei Kalt. Wo sagst du zwei Kalt? Weiß ich bitte. Und Mitte. Weißt du ja, wenn ich die Tosti gelacht hat, einfach mal so umgekriegen hab. Ja, das war mein eigenes Mal. Ich sauer. Und Mitte. Ich kann schon hin. Ich bin mir nicht über eine. Und Mitte. Ich bin mir Tosti gelacht. Ja, der bei dir. Du darfst jetzt durchkommen, das ist so gut. Mal ganz ehrlich so. Du hast dich scheinbar selbst verknächtigt. Ah, der ist auch noch oben. Ja, der ist auch noch oben. Ja. Ich muss mal aufzucken. Ja, der hat sich nicht raus. Du hast dich nicht raus. Du hast dich nicht komplett raus. Ja. Ja. Ist das aber schwer? Es ist schwer. Oh! Ja, verdammt. Warum? Sie sind beide dort. Nein, gut, jetzt hilfst du. Oha! Scheiße, ich bin überhaupt zu weit gegangen. Ach, ich bin vorsichtig. Was ist das für eine gute Umsatz? Ja. Ach, ich bin immer direkt. Ja, ich bin dritt. Ja, ich bin dritt. Ja, ich bin dritt. Ja, ich bin dritt. Na. Wie? Dann geht's mir vor. Also, die kann man jetzt auch einographic-d crafteln Ja, sie sind ein bisschen. Gut, dass sie nur gucken, danke. Ja, okay, ja. Das verdienen wir, glaube ich. Ja, das ist es gut. Ja, das war hier. Ja, das ist nicht. Gut, aber weiter. Jetzt sind wir die Hände. Ja, jetzt sind wir alle. Nein, wir müssen uns mit den Schein. Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr. Ich weiß nicht. Nein, wir müssen uns mit den Schein. Okay. die 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 Guck mal mit, ey. Oh, fuck! Haha, scheiße. Oh, fuck! Das wird ja auch wenn wir die Spitzen zu stellen, am Scheißspann. Ja. Oder irgendwo auf dem Sticker, was die nicht finden. Ja, jetzt soll ich die Arbeit. Was für die oder wie? Ja, Alter. Oh, mach die Schuße frei, glaube ich. Okay. Das ist gerade... Echt? Gut. Ich gucke mir noch die Masse. Auf dem Druck habe ich gut. Also, alles geht hier gut. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. So. Da war's. Da war's. Ah, da war's. Ah, fast! Fast! So Carlin von deinem Mist. So Mühe. Nö, rechts. Tja, ist es da unten, oder nicht? Oh, ich hab da schon. Merke mich nicht. Oh, scheinbar ist es so ein Blutgeruch. Ich habe keine Ahnung, wo du bist zu mir. Doch. Und das ist ein Schindler. Ah! Konno war nicht im Stuttenhimmel. Rechts. Deiner ist über Mitte oder unten. Oh, nice. Wer hast denn das gemacht? Ja, aber geil. Ich hab den unten nicht gesehen, aber ich hab den reingestimt. Dann ist der Stefan runtergekommen. Ja. Oh, na, du bist nicht neu. Ja. Nein, der Test. Ja, das ist scheiße. Da ist wieder einer. Komm mal schon mit oben. Da steht er. ... Da drin. Ja. Oh. Vergesst aber, dass da unten ein Weg ist. Geht besser? Ah, das war bei mir, dass du da bist. Ausdruck, ausgeliefert. Auch nicht, dass sie mit eins überlegt. Und die Garnatentherrung, ausgeliefert. Ausgeliefert, ausgeliefert. Die Mitte ist klier. Gegenüber, die Granatentherrung kommen. Das gibt es ja, dass du uns mitlebst. Du bist direkt in der Granatentherrung schon. Und das war die Husten. Vor allem, du hast ihn noch gesehen und das war die Wurst. Du bist einfach drin stehen geblieben. Du blebst es einfach. Du bist echt dreist so was. Und du gerufst. Ich hab's nicht vorbeigestellt. Hast du schon gefasst, wissbar? Na, da geht noch das. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Bäch? Wir haben den Tod. Ach, was ist das? Ist das jetzt Bäch? Man hat den Tod. Ja, hier oben. Die Abbruch! Ich will den Harten noch nicht schweißen. Da liegt der Ursch. Oh, nice. Ach so, unten wird rein. Aber auf der Mitte hat er sich gar nicht versteckt. ... ... Ja vom Boden! Das Ende dieses Trauerspiels... Wir müssen jetzt so was anderes spielen. Lass uns hell einspielen.